Hallo liebe Leute, ich begrüße euch. Wir sind zurück. Zurück in Europa. Und eben ist alles für ihr mit Kildare, aber auf den Weg zur Gründung der amerikanischen Nationen. Mein Plan, ich habe mir das gerade überlegt. Moment, Moment, was ist denn los? Die Murikaner sind einmarschiert. Mein Plan ist, wir ziehen es jetzt noch durch mit Kildare bis zur Tech Nummer 10. Weil den Tech-Staatus übernehmen wir ja dann. Und dann können wir direkt die Vereinigten Staaten gründen. Also das alles in dieser Folge, würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe. Wir wollen auf jeden Fall, haben wir ja gesagt, noch einen Krieg führen. Moment, auf wen habe ich denn hier Ansprüche? Nicht. Ah, weil es noch nicht zu mir gehört. Moment. Was? Lenape, eins, zwei. Hatte ich den Laden dann nicht mal kolonisiert? Ich bin verwirrt. Da, da und da bauen wir ein. Okay, so weit, so gut. Ich bin verwirrt. Und ich bin noch verwirrter, warum unser stolzes Jenny-Land sich hier im Krieg befinden kann mit dem Murikaner. Das müssen wir, müssen wir natürlich zur Hilfe eilen. Und wenn sie uns nicht anfordern, dann machen wir das. Ähm, aussehen. So ja nun nicht. Wir verwüsten hier die Lande, die unsere sein sollen. Ich glaube nämlich, dass unser Reich noch gar keine Armee hat. Unser zukünftiges. Unsere Kronkolonie. Doch, da ist sie. Die stolze Armee von Jenny. Keine Chance. Von überall her. Kommen sie jetzt her und werden rekrutiert. Wunderbar, okay. Also wir sind im Krieg mit den Murikanern und mit Mikmak. Ich hätte es wahrscheinlich sogar als feindliche Kriegsverbündeten jetzt betrachten können. Aber das Land können wir so oder so nehmen. Da sind die Murikaner. Wo sind denn die anderen? Die kennen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, wo sie sind. Das ist natürlich ärgerlich. Doch, da. Und? Ah doch, habe ich selber nur übersehen. Okay, mein Fehler. Wir haben gar kein Generalfeld mehr auf. Auch das werden wir ändern. Oh, droende Katastrophe. Was ist denn jetzt los? Oh, religiöses Chaos bricht aus. Ja, na klar. Ist jetzt genau die Zeit dafür. Wir rekrutieren ja noch ruhig, weil wir haben es ja. Gerade was Militärmacht angeht. Hier warten wir ein bisschen. Und genau, jetzt geht es eigentlich nur zu warten. 1523. Die magische Zahl nähert sich. Oh, Nationalisten in Desmond. Okay. Und in... Was ist denn hier los? Irgendwas verpasst? Oh Gott, wir haben ein... Ist ein reformatorisches Zentrum geworden. Ein Zentrum der Reformation, in anderen Worten. Aber an sich gar nicht so schlimm. Ich bin nichts dagegen, protestantisch zu werden. Wobei, beim Kolonialisieren macht es natürlich durchaus Sinn, dass man den Vertrag hat mit dem Papst, der um das Land zugedenkt, zugedacht hat. So, können wir eigentlich mal das aufteilen, die Belagerung. Oh, sie wagen es. Aber die stolze Armee von Jenny Lund eilt uns zur Hilfe. Die sind jetzt nicht komplett... Naja, sind schon schlecht. Ah, Tech... Tech 8 haben die Erokesen. Das ist ganz schön gut, dafür, dass wir Tech 10 haben und mit Tech 10 gerade mal so... Ganz schön Unterschiede, ne? Tech 3 und dann hier Tech 8. Wahrscheinlich, weil sie profitieren... Die haben schon die Renaissance. Ja, okay, sie profitieren natürlich davon, unser Nachbar zu sein. Ganz, ganz erheblich sogar, ne? Die haben die Renaissance bekommen, weil wir da gesiedelt haben. Ah, keine Aufständischen, bitte. Dann bezahle ich. Klar, dadurch haben sie die Renaissance bekommen. Wir haben sie ihnen ja quasi geschenkt. Okay, besetzt. Wunderbar. Wir nehmen beide, beide Provinzen mit. Ah, jetzt kommen noch Erokesen. Wie gesagt, die sind schon ein bisschen stärker, aber sollte kein Problem sein. Da müssen wir natürlich dann aufpassen, wenn jetzt noch die nächste Institution hier auch noch rüberkommt. Und die Erokesen sind nicht ganz schlecht. Die sind aber noch ein paar ganz gute Verbündete. Also, nehmt euch in Acht vor den Indianern, sage ich. Die Unruhen, das drohende Desaster, ignoriere ich mehr oder weniger. Wir können jetzt natürlich auch schon protestantisch einfach werden. Aber das machen wir auch. Ich bin einfach ein Fan von Protestantismus. Passt natürlich dann auch zur USA. Wollen ja hier ein bisschen historisch sein auch. Also im Sinne unserer Geschichte handeln. Bis zu einem gewissen Grad. Schottland, Büst. Wir können Institutionen fördern. Wunderbar. Auf Pump. Kolonialismus. Wunderbar. Wie sieht das aus in der Welt? Mal. Da. Wow. Kommt auch nicht von den Inseln runter, ne? Ganz langsam sickert das hier nach England hinein. Und dann muss es aber von England noch nach Frankreich. Und die sind Rivalen. Ist... Oh, das ist gut. Okay, England wird relativ jetzt schnell dann doch an den Kolonialismus kommen. Wobei es mich wundert, wie lange es dann doch dauert. Aber ihr seht, ne? Ich glaube, zwischen Rivalen ist es unglaublich verlangsamt. Wenn überhaupt. Ja, es ist halt nicht viel Kommunikation dann zwischen denen. Oh, wir können auch Kolonien setzen. Aber ich... Wo nicht zerstört wahrscheinlich, ne? Ich war jetzt kurz abgelenkt. Ach so, weil sie besetzt ist. Nicht aufgepasst. Und auch hier Konoi. Ja. Okay, dann werde ich natürlich nicht noch mehr gründen. Kurz die Belagerung hier durch. Jawohl, okay. Das können wir auch so Frieden machen dann. Ist es ziemlich egal. Wir sind im Krieg mit... Den Mohikanern. Behandle ich das mit Mikmak? All euer Gold. Wunderbar. Genau, befreit. Kann er weiterarbeiten? Jetzt muss ich ihn wieder senden, okay. Das saniert auch kurz unsere finanzielle Situation so ein bisschen. Oh Gott. Wir haben uns ja wirklich abgefangen. Haltet durch. Die Verstärkung naht. Gut, das war knapp. Auch die nicht ohne. So, kam vorbei. Auch die können Teil unserer großartigen Nation. werden und ihren... Anteil leisten am Aufbau. Wunderbar. Sollte man auch nicht übertreiben, gerade am Anfang. Das sind halt schon... Na ja, die Kultur, die Religion. Dass man nicht zu viel gleichzeitig unterdrücken muss. Unterschätzt man dann schnell. Jetzt holen wir uns Konoi noch zurück. Und dann können wir da auch weiter missionieren. Jetzt können wir sogar unsere Kredite, glaube ich, begleichen. Also, na... Was für Optionen gäbe es natürlich jetzt noch denen hier zum Beispiel Geld... Geld... Das ganze Geld zuzuschustern. Oder jetzt noch ein bisschen Geld anzuhäufen. Das denen dann zu übergeben. Das dann nicht im Minus irgendwie startet gleich. Sondern ein kleines... Kleinen Puffer hat. Aber... Das wären wieder so Sachen, wo ich sage... Nee, es passt einfach nicht. Das nutzt irgendwie das Spiel aus. Bis zu einem gewissen Grad. Aber es passt nicht... Irgendwie, ne... Zu dem, was wir hier... Tun. Es passt nicht zur Geschichte. In keinster Weise. Senden auch den Kolonisten. Okay. So, jetzt ist auch hier wieder Frieden, ne? Wunderbar. Okay. Jetzt könnte man auch überlegen, ob man... Ottawa vielleicht noch mitnimmt. Oder... Die hier. Haben wir da nicht... Ach, da haben wir doch die ganze Zeit auch aufgebaut, ne? Achso, jetzt fehlt mir der Zugang, ne? Weil es jetzt nur die Kolonialnation ist und so. Haben wir nicht den direkten Kontakt? Auch da... Wir verzichten. Da geht er dahin, unser guter Ruf. Ah, Sold. Auch auf Sold verzichten wir lieber ein bisschen. Das Netzwerk kann ich mir schenken. Aber hier könnte ich... Ich baue mal bei den Erokesen zumindest auf, wer weiß, wofür es gut ist. Wir checken nochmal, wie es... Ist ja schon wieder in den Krieg gegangen jetzt, oder was? Aber beginnt ihr diese Kriege? Verteidiger. Wow. Ist ja unglaublich, wie krass sie unter Druck sind hier, ne? Okay, in dem Fall natürlich... Sold hoch. Ich kann ja keine Nation übernehmen, die dermaßen attackiert wird und zu hart im Krieg steht. Da müssen wir sie natürlich alle zurückschlagen. Also sie sind im Krieg nochmal. Übersicht halber. Mitte Linape und den Irokesen. Linape ist wo? Da, okay. Ich habe keine Option, sie jetzt anzugreifen, ne? Ihr müsst mich doch nur in diesen Krieg reinrufen. Das ist richtig scheiße, weil ich keinen Anspruch auf sie aufbauen kann auf Linape, weil ich hier natürlich das Land jetzt übergeben habe. Ich kann nichts tun. Gegen die Scheiße. Sie haben eine ganz, ganz kleine Armee nur. Die Kolonialnation. 3000 Mann. Muss fast überlegen, jetzt die Nation zu übernehmen, um sie irgendwie zu retten. Also sie müssten mich halt... Können sie mich in diesen Krieg reinrufen, ist überhaupt die Frage. Gibt es eine Aktion dafür? Nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Ich könnte so in die... Schulden tilgen. Ja, das ist nur den Kolonialkrieg. Ich kann nur den Krieg natürlich starten und ich kann so rudimentär festlegen, wie sie sich verhalten. Sondern das ist ein defensiver Krieg, den sie führen. Was ich tun könnte, eventuell. Ich kann ihm meine Armee vielleicht verleihen. Geht das? Ah, wo wäre denn das nochmal? Condottieri. Ah, nicht dein Untertan. Schade. Okay, wie kommen wir in den Krieg mit denen? Das ist jetzt die große Frage. Das Problem ist, an Lenape komme ich nicht ran. Ich müsste eine Kolonie neben ihnen haben, um Anspruch aufzubauen. Ja, sonst müsste ich jetzt tatsächlich einen Krieg erklären. Ohne Kriegsgrund. Ist natürlich der beste Kriegsgrund. Kein Kriegsgrund. Ich muss das fast machen, ne? Ich bin fast drauf und dran, jetzt diesen Krieg zu übernehmen, um die hier zurückzuschlagen. Sonst bricht mir das... Okay, scheiß auf den Kriegsgrund. Ja, no subi. Best CB. Ja, aber nicht gegen die Irokesen. Wer ist der Kriegs... Gegen Lenape. Okay, also müssen wir Lenape, den Krieg, erklären und dann hoffentlich... Danach übernehme ich die Nation auch einfach dann, sonst wird mir das hier zu wild. Ohne Kriegsgrund. Scheiß drauf. Auf die Fresse, Leute. Das kann ja nicht angehen. Das ist natürlich ein bisschen an Ausgleichen. Gut, dass wir unsere Armee hier zu stehen haben. Die auch schon Tag 8 haben. Also, das ist nicht komplett ohne, ne? Die haben schon ein bisschen was. Unser Sold war jetzt noch nicht ganz oben. Die jetzt hier zurückwerfen. Wir müssen nur Lenape. Lenape tilgen. Dann ist er automatisch, äh, Frieden. Ach so, das ist scheiße, ey. Das hab ich mir entspannter jetzt vorgestellt, ehrlich gesagt. Das sind ganz schön 10.000 Mann. Haben schon ein bisschen was in sich hier. Auch schwieriges Terrain zu verteidigen. Aber nur eine kleine Festung. Deshalb marschieren wir die jetzt sofort rauf. Brechen die Festung. Alle Nachbarn überfallen unser kleines, feines Jenny-Land. Ist ja unfassbar. Ich hab das übrigens am Anfang gedacht, dass das irgendwie schon dazugehören würde. Das sind diese Nationen echt schnell übernehmen und hochrüsten. Da kann ich sie... Da darf ich nicht hin. Clever you. Machen wir. Das sind ja eh alles Punkte, die wir nicht... Die wir nicht mehr mitnehmen können. In die neue Welt. In die neue Nation. Also... Geschenkt. Raufziehen. Ruhigstufe 3. Dieser Mäh muss halt so schnell wie möglich hochgepusht werden. Das dauert hier noch ein Weilchen. 15,24. Fünf Jahre. Ungefähr. Gut, ich wusste jetzt unglaublich viel... Ja, klar. Die ganze administrative Macht, die ich gerade ausgegeben habe. Das natürlich auch. Diese ganzen Unruhen, die werden wir natürlich dann hinter uns lassen. Beziehungsweise werden einfach protestantisch wahrscheinlich werden. Und dann hat sich das auch erledigt. Das wird jetzt relativ schnell gehen mit dem... Mit der Barrage. Unser Heimatland nicht vergessen. Also hier, ne? Ein bisschen Unruhen, aber halt sich im Grenzen. England ist auch noch ruhig. Frankreich im Vorwärtsmodus. Das Problem ist, in dem Moment, in dem wir im Krieg sind, können wir natürlich auch die Nation nicht entlassen. Also wenn uns jetzt Frankreich überfällt... Äh, Frankreich, England. Dann gilt es quasi zumindest eine Provinz, müsste man dann behaupten, um zu überleben. Weil das wäre ja... Beotop wäre dann unsere neue Hauptstadt wahrscheinlich. Ich kann mir den hier doch nur einer Provinz irgendwie ab... Abjagen, abluchsen. Wo sind die... Gehen wir noch auf die Erikesenhauptstadt. Alles da. Sieht gut aus. Kolonialismus verbreitet sich. Ist unglaublich. Nicht in Europa zu sehen. Das gibt uns einen guten Vorteil. Es wird uns ein bisschen... Ein bisschen Luft verschaffen, ganz einfach. Na ja, können wir ein bisschen durch... Durchatmen. Danach dann. Ja. Am Arsch. Ich muss halt hier einfach jetzt klare Grenzen ziehen und Frieden schaffen. Und vor allem Waffenstillstände schaffen. Ah, da ist der Kolonist natürlich jetzt nicht aktiv gerade. Aber ich bringe das jetzt hier kurz zu Ende. Zieh das jetzt durch. Durch Stufe 4. Machen wir einen Separatfrieden mit denen. Holen... Andros... Gorgin zurück. Hauptstadt fällt gleich. Können wir da Frieden machen. Und dann integrieren wir Lenape. Wie gesagt, ich will es nicht übertreiben. Jetzt zu viele... Andere Kulturen hier erstmal reinzuholen am Anfang. Zu viele Aufstände. Ich will kein... Kein Land im Krisenmodus gleich übernehmen müssen. Okay. Machen wir einen Separatfrieden mit den Erikesen. Geht nicht? Aber ich kann sie nicht an Jenny Lantern übertragen lassen. Also ich würde sie ja ihnen anbieten. Ach, weil es ein anderer Krieg ist. Ich habe total vergessen, dass sie ihren eigenen Krieg gegen die führen. Aber in dem Moment, in dem ich... Lenape jetzt rausnehme... Ich würde sie halt gerne besetzen. Tatsächlich eine Koalition wird geformt. Und die hätten noch eine... Okay. Achso, das ist meine Provinz. Aber sie wird ja gegen mich und nicht gegen das Land dann... Nicht gegen unsere neue Nation. Man muss die ganze Zeit zweigeteilt denken, ne? Aber schwer, die zu übernehmen. Muss ich noch mehr besetzen. Mehr haben die Erikesen auch nicht. Ich sehe nicht, dass sie in die Grenzen noch weitergehen würden. Ich müsste mir sie... Ah, aber ich wundere, dass der Kriegsstand ist noch relativ gering. Ich sehe ihre Armee allerdings auch nicht. Cherokee hier unten aktiv. Okay, aber das ist alles nochmal was anderes. Hm. Ja, wo ist der Rest? Ist die Frage. Das ist ein bisschen komisch. Ich besetze das Land, ne? Das geht ja dann automatisch an... An die Kolonialnation. Ist aber eigentlich eh egal. So, jetzt müssen wir langsam aufpassen. Die werde ich im Zweifelsvergleich mal unterdrücken, eine Runde. Wie gesagt, die Militärmacht, die können wir eh nicht mehr einsetzen. In... Technologie, weil wir so weit davon entfernt sind. Von der nächsten. Kann ich sie jetzt auch verpulvern, weil... Meiner Meinung nach... Korrigiert mich nicht, wenn ich da falsch bin. Aber meiner Meinung nach... Wird die nicht übertragen, die Macht. Ich glaube, man hat einen Standard... Mit dem man anfängt. Kann sein, dass ich da total falsch liege. Kann natürlich sein, dass einfach die Macht dann auch mitgenommen wird. Und nicht nur der Technologie- und Ideenstatus. Das müssen wir uns alles dann mal in Ruhe angucken. Ähm... Kann ich den Fokus schon setzen? 23 erst. Okay. Ich würde gerne weiter jetzt auf die Administrative pushen. Mai 24. Nicht mehr allzu lange. Das sind die Ero-Käsen. Komm, die nehmen wir nochmal mit dann. Das ist ja Wahnsinn, dass die hier so überfallen werden die ganze Zeit. Und dass es war in deren Kriege, dass wir nicht quasi in die Lage versetzt werden, sie wirklich zu verteidigen. Als Oberherr. Ich weiß nicht, ob sie uns reinrufen könnten oder ob sie es einfach nur nicht machen, aber... Wunderte mich schon ein bisschen. So, eine weitere Kolonie. Und auch hier noch eine weitere Kolonie, die einfach jetzt mitgenommen wird. Und dann wird der andere Frieden automatisch geschlossen, weil sie haben ja dann keinen Gegner mehr im Krieg. Sollte zumindest der Fall sein. Ah, der Krieg geht weiter gegen die Ero-Käsen. Das ist suboptimal. Weil jetzt... Da kann ich jetzt nicht mehr helfen. Die müsste ich jetzt so übernehmen, um den Frieden selber zu machen. Nehme auf jeden Fall die Kolonie noch mit. So, das ist das zu allerersten Mal. Und dann werde ich alle anderen kolonialen Bestrebungen... Müssten wir dann eigentlich auch abbrechen. Weil sonst natürlich Kildare hier einfach jetzt Kolonien baut. Die dann eventuell vergrößert. Das will ich dann eigentlich auch nicht. Das ist ein bisschen kompliziert hier, ne? Ein bisschen strange. Man könnte natürlich auch ihnen einfach hier eine Kolonie lassen, dass sie sich vergrößern. Land, was man dann halt irgendwann selber nehmen kann. Ist natürlich auch was dran. Also hat durchaus, durchaus was für sich, finde ich. Alles selber zu kolonisieren. Ab wo kolonisieren? Die Portugiesen sind da. Während Kassilien Aragon den Krieg erklärt. Auch nicht schlecht. Geht los. Das wird... Oh. Eigentlich relativ fair sogar. Die Bretagne ist noch dabei. Na gut. 13.000 Mann. Nicht zu verachten. Also de facto haben sie jetzt noch eine... Es ist jetzt noch eine Kolonie, die ich gerade aufbaue, ne? Und zwar Kornoy. Alle anderen nicht. Ich würde jetzt zwei neue gründen, wenn ich es wollte. Ich würde auch noch einen Händler einsetzen. Das ist alles so geschenkt, weil ich natürlich... Ich habe sie noch nicht gerade reingeschickt. Da. Ist eh kurz davor. Stehe zu wechseln. Zu unserer neuen glorreichen Nation. Ich habe jetzt eigentlich, wie gesagt, vor Augen, dass ich noch durchziehe. Mai 24. Komm, wir ziehen es durch. Drei Jahre. Dann werde ich das noch zu Ende kolonisieren. Dann kann man vielleicht doch noch eine mitnehmen hier irgendwie im Süden. Im Zweifelsfall ist das dann eben Teil... ...einer neuen... ...Kolonie, nämlich von dann Kildare. Die halt dann aber leider mit Frankreich alliiert sind. Und auch da würde ich wieder sagen, ne, das ist ein Bündnis, das breche ich da nicht so einfach. Das wäre meiner Meinung nach Quatsch. Aber ich ziehe es jetzt trotzdem durch. Wenn ich alles, was ich noch... ...durchkriege... Okay. Kann ich da keinen hinschicken? Das ist strange. Mir wird die Provinz, ne? Ich kriege die Provinz. Aber ich konne neu auch noch als... ...Kolonieherbe. Okay. Im Van kriege ich Potomac, aber ich kann keinen Kolonisten hinschicken. Das ist eine Kolonie von mir, aber ich kann keinen Kolonisten hinschicken. Das ist sehr, sehr interessant. Jetzt könnten sie eigentlich mal Frieden machen mit den Irokesen. Haben sie. Wunderbar. Oh, jetzt habe ich doch glatt die Rebellen hier... ...ignoriert. Jetzt habe ich so fixiert schon auf die neue Heimat, dass ich die alte ganz vergessen habe. Jetzt müsste ich natürlich die Armee zurückbringen. ...komplett. Das ist aber riskant, ne? Ziemlich riskant. Überhaupt, was passiert mit der Truppe, wenn ich wechsle? Eigentlich noch zwei Jahre, die wir durchhalten müssen jetzt. Also jetzt ist hier erstmal Frieden. Das ist schon mal gut. Ich glaube, es gibt keine Parteien, die jetzt nochmal über sie herfallen, sobald, weil sonst... ...hier ist ein Waffenstillstand. Die vielleicht... ...würste man auch passen. Aber die haben, glaube ich, noch nicht die Technologie. Okay, ich schicke die an mir mal rüber. Ich hätte eh nichts mehr zu verlieren. Gleich. Auf. Ab nach Hause. Bisschen Armee-Tradition. Der Schuldenberg. Mittlerweile auch ganz schön ange... ...wachsen. Na, ganz schön hohe Inflation durch die ganzen Kredite. 500 Dukaten-Schulden, die wir ihnen aufheißen. Also, ich bin so ein bisschen, ehrlich gesagt, abgewichen natürlich von meiner... ...sagen wir mal Grund-Maxime. Von meinem... ...Plan, den ich hatte. Ich glaube... ...den werde ich auch abgerufen. Wie gesagt, ich will nicht, dass hier andere Kolonien eigentlich entstehen. Zumindest nicht Kolonien von einem mit Frankreich verbündeten im Staat. ...Poto-Mag auch nicht. Ich konsolidiere mich jetzt so. Wir ziehen jetzt Kon-9 noch durch. Das wird die letzte Kolonie, die ich... ...integrieren werde. Und dann warten wir noch auf... ...Tag-10. Also, eine Kolonie bauen wir noch. Dann kommt Tag-10. Dann wechseln wir. Und dann geht's richtig los erst. Und bis dahin... ...gucken wir mal, dass unsere Armee doch unsere Heimat nochmal... ...befreit. Was sind eure Forderungen? Nationalisten. Okay. Sie wollen die Unabhängigkeit. Da müssen wir natürlich aufpassen. 10.000 Mann. Ohne Anführer allerdings. Kastilien hat sich... ...durchgesetzt... ...und Granada pusht gegen Aragorn. Unglaublich. Das ist richtig stark. England übrigens. ...fährt hier seine Truppen auf... ...an unseren Grenzen. Hat aber das Interesse verloren. Ja, die wissen auch... ...die sollten sich besser nicht mit ihnen anlegen. Mit den Freunden Frankreichs. Magde. Die Uhr tickt... ...bisschen chaotisch jetzt... ...die letzten Minuten... ...gebe ich zu, aber... ...das macht alles schon so Sinn. Aber dann werde ich mich wiederholen. Wie gesagt, ich spiele es nicht darauf, das... ...perfekt zu spielen. Ich versuche es... ...so zu spielen, dass es eine sinnvolle... ...Geschichte ergibt. Jetzt würde ich mich gerne... ...irgendwohin zurückziehen. Ah, das ist glibbelig hier. Ja, sie kommen... ...setzen sich gleich durch, ne? Irgendwie gewisse Unruhen. Wollen wir nicht mehr 4 gegen machen. Wäre gut, wenn die Kolonie noch fertig wird. Ein Jahr noch. Und sie attackieren. Boah. Die behaupten sich sogar mit 3000 Mann. Sind schon gut. Kommt nicht mehr rechtzeitig rein, die Verstärkung, oder? Schaffen sie es noch? 16. Ja. Wow. Ja, gut, die haben keinen Befehlshaber. Müssen über den Fluss, dann den Gelände. Malus trotzdem. Ungefähr dreifache Überlegenheit. Ja. Oh Gott, es setzt sich durch, ne? Jetzt haben wir ein richtig guter Würfel. Ne. Ja, was ihr erlebt, ist der Untergang Irlands. Das ist jetzt tatsächlich eine Flucht. Eine Flucht vor religiösem Chaos. Vor Aufständen. Ja. Die Besten, der Besten. Sie verlassen das Land, um eine neue... ...eine bessere Nation zu gründen. Eine Republik. Fort von... ...dynastischen Konflikten, religiösen Konflikten. Ein Land der Freien. Und der Gleichen soll es sein. Freiheit und Brüderlichkeit sollen herrschen. Einigkeit. Mal gucken. Okay, der erste Tage sind gezählt. Die Tage der Vereinigten Staaten. Die brechen erst an. Mai 24. Nicht mehr weit. Den Anspruch... ...setzt sich auch nicht mehr durch. Jetzt lang. Egal. Das Land kollabiert. Auch egal. Desmond befreit. Ist alles egal. Oh, sogar zwei... ...drei Provinzen sogar verloren. Ei, ei, ei. Okay. Hart. Aber es ist... ...ja, es ist egal. Okay, sie haben automatischen Hafen gewechselt. Und jetzt... ...jetzt kommt die... ...die Hochzeit. Aber lang gedauern. Langes Hin und Her von Aragorn. Das ist nicht mehr viel übrig. Das Ziel denn auch im Krieg mit Tunesien. Das wird... ...nicht zu Gewinn sein, glaube ich, für die Europäer. Wobei Granada... ...wenn die keine Europäer sind, weiß ich auch nicht. So. Egal. In dieser Folge kommt auf jeden Fall noch der... ...der Frieden. Der Frieden und die Flucht. Ah, die scheiß Boote. Muss ich jetzt erst aufbauen. Ist mir egal. Ich mache das jetzt manuell. Brauchen wir jetzt so lang. Die halten das schon durch. Dann haben wir noch mehr Aufstände. Aber mit... Okay, die sind kein Problem mehr. Die haben wir im Griff. Den Rest, den löse ich auch gleich einfach auf. Weil ich... ...einfach jetzt hier Ruhe haben will. Ich will nämlich nicht, dass hier irgendwie... ...gleich so Truppen rumstehen. Ist alles nicht mal unsere Sache. Wir wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Wir fangen jetzt hier... ...ein ganz neues Spiel erst an. Nämlich. Konnoi, letzte Kolonie, die ich haben wollte, ist auch durch. Mein Kildär kann ruhig hier oben weiter missionieren. Das lasse ich ihnen. Können sie machen. Aber wie gesagt, ist nicht mehr unsere Sache. Ja, dass sie können ruhig in Kanada sich ausbreiten. Wir fokussieren uns erstmal natürlich auf Ostamerika und dann hinab in die Karibik, bevor die Portugiesen kommen. April. Zack. Nächste Technologie. Weg mit den Europäern. Herr mit dem Neuen. Herr mit der Republik. So, jetzt muss ich tatsächlich erstmal gucken, wo war's. Jenny Land. 13 Provinzen. Wir wollen als entlassener Untertanen spielen. Senden. Neue Regierung. Wir sind natürlich eine Republik. Und wir wählen den militärischen Kandidaten. Bis uns rüsten. Ein Land ohne Armee, das wir hier übernehmen. So. Und jetzt. Ja, können wir direkt wechseln. Nation wechselt. Zu Vereinigten Staaten. Da hätten wir auch einen neuen Rang. Wir wären ein Königreich. Wir wären natürlich nur als Rang. Das ist natürlich eine Republik. Bisschen Unruhe. Aber dafür auch ein bisschen Prestige. Und neue Ideen. Neue Traditionen. Ja bitte. Her damit. Herzlich Willkommen. 22. April 1524. Das Let's Play kann jetzt beginnen. Das ist der neue Beginn. Der erste Akt ist geschafft. Wir kommen im zweiten Akt. Überschrift. Die Vereinigten Staaten. Erste Maßnahme ist Überblick verschaffen. Wir haben Stände. Die haben natürlich jetzt noch kein Land zugeteilt bekommen. Wir haben Rebellen. Durch die Eroberungen. Wir haben eine Kolonie. Die haben sie selber gegründet. Okay. Wir haben keine Armee. Das sollte unsere erste Maßnahme sein. Wir haben eine Schatzkammer. Wir haben eine Schatzkammer. Die ein bisschen gefüllt ist. Rekrut-Reserve sieht okay aus. Bei der Macht. Ja da haben sie ihre eigenen Punkte. Und jetzt gucken wir direkt erstmal rein. In die Ideen. Wir haben schon den Bonus-Kolonisten. Und sie haben doch ihre eigenen Ideen. Ach. Na ja. Seht ihr. Erster Fehler schon. Den ich begangen habe. Ich dachte. Die würden ihre eigenen haben. Nicht ihre eigenen. Ich dachte. Die würden die übernehmen. Die wir haben. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Weil wir natürlich. Eigentlich die. Die ja. Na ja. Jetzt werden die expansionistisch. Aber wir brauchen natürlich auch die. Entdecker-Ideen. Für die Kolonisten. Da sind zwei Kolonisten. Das ist das Kolonialwachstum. Aber das sind Sachen. Die organisieren wir dann später. Erstmal kurzer Überblick. Also wir haben. Einen Händler. Oben drauf. Und. Wenn wir alles schaffen. Dann gibt es. Mechanische Tradition. Wichtiger natürlich die Ideen. Wir haben Religionsfreiheit. Wir haben die Bill of Rights. Und Ruhe. Minus zwei. Das Reich der Freiheit. Einen Bonuskolonisten. Dann haben wir. Die Lektion von Valley Forge. Plus zehn Prozent Moral. Später kommen noch. Die Werkstätte der Welt. Fünfzehn Prozent Güterproduktion. Strahlende Stadt auf einem Hügel. Klar. Eine junge Republik. Ist natürlich eine. Inspiration für die ganze Welt. Für die gesamte menschliche Rasse. Und zwar zu Recht. Und dann am Ende noch. Vertreibung der Indianer. Ich glaube da geht es um den. Ja. Ansprüche. Die wir dann aufbauen können. Also. Wir sind. Noch katholisch. Ich würde fast. Konvertieren. Auch wenn es kein Zentrum mehr geht. Das sind auch Sachen. Die machen wir vielleicht ein bisschen später. Was ich jetzt auf jeden Fall noch tun will. Ist eine Armee. Eine Armee ausheben. Wie viel können wir denn? 14.000 Mann. Damit können wir arbeiten. Ja. Ja. Erstmal das was geht. Finanziell. Wir haben Spionagenetzwerk aufgebaut. Auf die Irokesen. Okay. Aber wir haben. Ah. Wir haben natürlich überall Ansprüche. als Vereinigte Staaten. Das kam ja noch dazu. Aber man Anspruch auf die komplette Region. Deshalb können wir uns das eigentlich sparen. Wir bauen mit dem Papst Beziehungen auf. Ich würde natürlich gerne irgendwie ein europäisches Bündnis noch pflegen. Aber ich glaube wir werden erstmal etwas. Sagen wir mal. Istionalistische. Uns isolieren. Eine Politik der Isolation betreiben. Vielleicht mal mit den Cherokee uns noch zusammentun oder so. Durchaus mit den Indianern auch zusammenarbeiten. In dieser neuen prächtigen Welt. Schöne Farbe finde ich. Schönes helles Blau. Hebt sich von den meisten ganz gut ab. Und offenbar ist unser Großkonsul James. Keohannach. Er ist maßlos. Ja guter Start. Kriegsgrund gegen alle Nationen. Natürlich auf unserem von uns von Gott zugedachten Territorium. Ganz klar. Staatskasse gibt sogar her, dass wir ein bisschen mehr noch... Oh, wir haben einen Kreditlaufen offenbar. Einen aber nur. Aber wir können ein bisschen mehr kolonisieren schon. Wir werden uns ein paar Sachen jetzt regeln. Wir haben unseren Haupthandelshafen wahrscheinlich hier. Der schöpft da ab. Okay. Ich will mal ein bisschen den Überblick verschaffen. Wo hier wer unterwegs ist. Da wird in die Karibik geliefert. Das machen wir hier. Das macht keinen Sinn, glaube ich. Wenn das die Chesapeake Bay ist, unser Haupthandelshafen, dann müssen wir natürlich der übertragen. Der überträgt. Das ist, glaube ich, einer noch auf dem Weg zurück. Die zweite Kolonie werdet ihr auch noch bauen. Wir haben das Geld dafür. Unsere Armee soweit erstmal in Manhattan versammeln. Ist das eigentlich unsere Hauptstadt? Das können wir auch nochmal kurz gucken. Wo ist unsere Hauptstadt? Wo zur Hölle? Gibt es da eine Shortcut für? Wahrscheinlich, ne? Da. In Lenape. Okay. Interessant. Nichts gegen Lenape. Aber wenn unsere Nation wächst, werde ich die Hauptstadt mal ein bisschen schöner platzieren. Einfach weil aus Gründen. Ich glaube, hier haben sie teilweise auch schon ausgebaut, ne? Ach, toll. Ich will mich gar nicht trennen von dieser Folge. Merkt ihr vielleicht schon. Ich so richtig Bock habe, jetzt hier immer noch weiterzugehen und weiterzumachen. Ich werde erstmal hier ein bisschen Einheit schaffen, ne? Und von da aus dann weiter um uns greifen. Das kannst du zur Kernprovinz machen. Wie gesagt, es gibt Unruhe. Es gibt große Probleme. Sold müssen sie natürlich erstmal verdienen. Ich will jetzt... Flotte haben wir nicht. Ist egal. Noch die Plantagenbesitzer. Schön. Plantagenbesitzer und Bürger wollen auch ein bisschen natürlich Einfluss gewinnen. Wie viel wollt ihr? Äh, 20% wollt ihr und sie wollen 10%, okay. Das sind alles Kolonien. Okay. An die Plantagenbesitzer. Äh, welchen Bonus hätte ich vielleicht vorgucken sollen? Oh, Rekrutenreserve. Oh, dann sollte ich natürlich da entsprechend die Provinzen wählen für. Die da einen Bonus gewähren. Dann zum Beispiel... Uh, die ist stark. Aber gut. Und sich dann schon natürlich, ne? Also der militärische Arm. Und... Was bringen die Bürger? Die Bürger bringen... Produktions... Handelsanfluss, okay. Das macht ja dann durchaus Sinn hier. Und der zweite... Aber ebenso starke... Vielleicht soll ich ihn Manhattan noch geben? Ja, kommt. Noch mehr? Okay. Ich meine, sie werden sich eh melden. Und mehr fordern. Uh. Vielleicht Chesapeake? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also nicht, dass ich jetzt Quatsch mache, oder? Also wir können ja... Produzierte Güter. Plus 4%, 10%. Plus 50% Handelseinfluss macht schon durchaus Sinn. Handelseffizienz. Ja, komm. Ist jetzt ein bisschen über... Über das, was sie eigentlich wollen. Über das, was sie verdienen. Also auch erstmal nicht so perfekt gelöst. Aber, aber... Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Wir expandieren ja jetzt relativ stark, ne? Wir haben jetzt... Zwei Kolonien laufen. Gucken, ob wir uns das leisten können. Ne? Ja, geht. Also das können wir bezahlen. Ein Kreditlauf, den müssen wir zurückbezahlen. Die Armee kann natürlich noch weiter ausgebaut werden. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir überhaupt ein paar... Ein paar Truppen haben. Die können wir auch mal positionieren. Wo auch immer diese Unruhe ist. Da. Auch gleich ein Heerführer. Wunderbar. Die sind höchst zufrieden. Da werden wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag von euch noch erbitten. Mhm. Noch von euch. Da könnte man vielleicht ein bisschen die... Rekrutenreserve angehen. Oder den General... Die Macht. Stehe ja nicht ganz gut da. Das sind alles solche Sachen, ne? Das müssen wir uns ganz in Ruhe mal in der nächsten Folge angucken. Ihr seht, ich kann mich kaum davon trennen. Also in der nächsten Folge machen wir... Organisieren wir uns hier erstmal komplett. Wir gucken uns die Armee an. Wir werden wahrscheinlich die... über Religion, ne? Religion, Handel, Verbündete. Wir suchen uns erste Ziele für den Krieg. Und jetzt beginnt ein komplett neues Let's Play. Da müssen wir uns erstmal alles organisieren. Auch den Händler hier müssen wir noch setzen. Es beginnt jetzt nochmal komplett von vorne. Wir müssen uns anschauen. Ja. Die Nation, wie jetzt würden wir jetzt ein ganz neues Spiel beginnen. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen reingeguckt. Da geht noch viel mehr. Sieht schon ganz gut aus. Wir sind sichtbar. Zum Abschluss gucken wir uns nochmal an, was aus Kildare geworden ist. Sie leben noch. Aber sie mögen uns nicht. In diesem Sinne... Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Dieses Let's Play kann jetzt tatsächlich endlich so richtig beginnen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Macht's gut. Tschüss.